wenn man schon aufnehmen will sollte man auch das mischpult anstellen dann mache ich jetzt einfach mal meine begrüßung neu ja halli halli hallöchen und willkommen zur zweiten folge von let's play minecraft also ja beim nachbearbeiten des ersten parts ist mir aufgefallen dass ich zwei drei mal microsoft ja so in der art gesagt habe das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen ungewollt sagen wir mal so und wie ihr schon seht spiele ich gerade mit dem spex texture pack aber leider nur in 32 x 32 weil ich jetzt auch versuche in anstatt in 30 fps aufzunehmen eine 60 fps aufnehmen und ja momentan ist es halt dann so dass es zu fps jobs kommt aber ich finde fps jobs von maximal fünf bis zehn sind verkraftbar wenn es halt dann doch wieder zu fps jobs von 20 bis 30 kommt was was es definitiv auch später kommen wird das denke ich mir mal so habe ja das ist komischerweise spruce barrel aber wie soll ich zum schuss ach einfach ein barrel ich wollte gerade schon sagen stufe ok wie viel muss ich davon mindestens vier ich habe gesagt ich will das texture pack mit euch spielen das heißt einfach wenn ihr vorschläge habt was ich zum beispiel wenn ich gerade am base baum bin beziehungsweise an der richtigen base hier wo ich jetzt gerade baue da werde ich vielleicht ein haus hinstellen wo ein bett drin ist und wenn ich also das weiß ich noch nicht genau was ich so genau mache aber wenn es dann wirklich an base baum geht wo dann wirklich komplett alle maschinen und so reinkommen da werde ich dann da werde ich dann da werde ich dann da werde ich dann euch einbinden so ein haus hinstellen wo ich mein bett habe dann kann ich ja auch noch alleine ja und manche mögen mögen es wahrscheinlich mitbekommen dass ich momentan ein bisschen erkältet bin aber ich sag mal so wenn es euch nicht stört stört mich auch nicht und wie schon im letzten part angesprochen ich habe einfach jetzt wieder bock aufzunehmen und eigentlich hatte ich ja schon länger bock aber eben wie auch angesprochen im letzten part hat mein ich sag jetzt mal meine lieber pc mit so gedacht oder bei meinen meine cpu du kannst mich mal auf gut deutsch gesagt was ist das denn für ein baum okay ja das war mir jetzt kann so ist schon so was für ein kleider sich unterwegt aber ich muss sagen so momentan wird es kann auch recht flüssig für das ich eigentlich sonst immer probleme habe einmal wurm da habt das wahrscheinlich gerade mitbekommen da hatte ich gerade kurz und kurzzeitigen leck ich werde eventuell da drüben ja ich werde da drüben irgendwie terraformium betreiben so dass ich wir brauchen vier ja so was nehmen wir genau deswegen habe ich jetzt die wir mal eingesetzt so was ist in dem basic pack drinne tinten beutelige laterne und druckpresse das wollte ich noch nicht mehr machen ach da kann man das direkt schon so ja cool aber jetzt will ich lohnt das schon wenn ich jetzt anfangen mit tinkers construct weil ich sehe momentan gerade nichts was auf tinkers construct hindeuten kann doch da eigentlich aber dann machen wir es halt später nochmal wir brauchen einen basteltisch das heißt einmal holz und eine schablone schablone macht man aus zwei stecken und zwei holz haben wir momentan genug ja ich mache jetzt einfach mal ein bisschen mehr weil schablone braucht man ja auch später gut das war ein bisschen viel was habe ich gesagt aus einem basteltisch eine werkbank dann haben wir auch eine werkstation schablone stanzer einmal das ist das machen wir einfach nochmal so einmal mache ich das jetzt noch aber dann auch nicht mehr so aber jetzt brauche ich ein bisschen eine doppeltruhe zwei doppeltruhen müssen reichen erstmal so wie war das werkstatt werkzeug station kann man neben dran stellen und dann sieht man auch das inventar ich weiß was mir noch fehlt eine schablonen truhe schablonen kiste so kiste schablone dann kann ich nämlich wahrscheinlich die ganzen schablonen da rein machen ach ne die leeren kann ich nicht ist ja wunderbar aber egal so noch machen noch so schön äpfel habe ich da drin ich mache jetzt einfach mal alles da rein ja holzspitzhacke die braucht gleich keiner mehr wieso habe ich da erde da ähm was habe ich jetzt gemacht lol ich da jetzt nochmal rein machen den erstmal noch nicht aber theoretisch wenn die jetzt wachsen müssen sie sich auch infizieren können theoretisch aber ich glaube der kann gar nicht wachsen dann fangen wir mal an die schablonen zu stanzen ich brauche eine spitzhacke und was war das für den oder was das ich mache jetzt einfach mal beide und das ding in der mitte brauche ich auch noch so so wie geht das mit mit holz ja ein stock ja da haben wir es das geht nicht mit holz da brauche ich stein geht das mit holz ja ja und wie war das das geht auch nicht mit holz jetzt dann brauche ich mindestens drei viermal stein da brauchen wir eins und da brauchen wir jetzt theoretisch vier von ich muss jetzt doch mal was essen weil sonst drücken wir wirklich nicht mehr zettos kratz cool ok haltbarkeit von 1 bedeutet zweimal zwei stein so was war das das und das ich da auch da rein ich sag doch gibt einen aus stein so dann machen wir das so und so und dann machen wir das so und dann machen wir das so wenn ich jetzt ganz blöd kann nicht für werkzeuge verwendet werden ja super also habe ich doch kratten und müll gebaut kaltzern spitzhacke aber da sieht man auch nicht wie man die kraft kraften kann machen wir es jetzt mal einfacher so haben wir sich bis zur nächsten aufnahme feuerstein und dann machen wir eine spitzhacke oder so aus feuerstein und damit sag ich was das mit der zweiten folge wie immer könnt ihr gerne die folge bewerten kommentare da lassen könnt ihr gerne ein abon da lassen und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal tschüss tschüss ad quatro